ARD Text im Auftrag von Funk Okay, halt halt halt, mach mal die Hälfte davon weg, ungefähr, okay? Ja. Mach zurück selbst. Und ballern dann lieber ein neuer rein. Okay. Für die Normalen sind die ganz gut eigentlich. Ja, aber haben wir jetzt gesehen. Aber für die Achseleute ist das einfach zu krank. Dafür ballern die irgendwas anders rein. Das haben wir da am besten. Irgendeine stärkere Nahkampf-Eier vielleicht. Ne, ich will mir mal überlegen, mal das Wurfgeschoss auszuprobieren. Das kommt. Ja, vielleicht geht man da hinten, oder? Ja, gut. Ja, ja. Mit dann, wie er das Steigen getroffen hat. Ja, das hat mich hier gerade am besten noch kurz. Ich schreibe das jetzt mal hier hin. Ein Streitwagen. Oh ja. Der zieht durch. Stell dir ganz nach vorne hin. Und ich habe gerade jemand gesehen, bei... Wo war das Wikinger, glaube ich? Das ist ganz recht. Ach, das ist der Typ. Das ist der Typ. Baller mal ein, da vielleicht rein. Sollen wir den vordersten Front, damit er dich durch die Kleinen durchheizt? Das geht auch. Sag mal 600. Was machen die mit 30? Mit 30? Mit 30 Pisten? Farmer und daneben? Barbar. Ja, gut. Ich glaube, die machen welche schon. Okay, noch einen Peasant. Lass den Krieg beginnen. Er will nicht. Okay. Schau, ob hier dahin schon reicht es. Alter, ja, 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 ja. Weg damit! Oh, da war ein Stein. Aber es hält sich auf. Oh, der war gut. Das Geschütz geht ab. Oh, der hat nicht getroffen. Wo ist unser Axtspass? Da. Er ist grad gestorben. Aber wie der weggefickt wird, ja. Wie lange braucht das Ding? Oh, shit. Nicht mal schaden. Oh, doch ein bisschen. Aber nicht genug. Wow. Das war der letzte sogar. Ja, wir machen zwei damit einfach hin. Der Axtspass des Uses und die Hälfte von denen. Das müssen wir woanders positionieren, damit es nicht in die Dings reinheizt. In den Stein. in den Stein. Da machen müssten hier vorne. Da. Das rechnen wir noch nicht. Okay. Zwei jetzt wieder zu schossen. Ich mag die Kärbel einfach ein anderes Serious. Ich finde sie kur Finance gut. Ich mag Plädiere ja auch so was. Ja, aber da bitte Steigen der Weg sein. Okay. Wahnsinn, was meinst du nicht in den Stein. Und jetzt einfach noch Peasants zum ablenken. Oh Gott. Drive-thru. What? What? Ähm, wo ist es hin? Fuck! Oh ja, das rennt auf. Ah, er steht noch auf wieder. Ja, wahrscheinlich... Oh, das ist halt nicht so geil. Ähm... Was macht denn? Wo will er denn hin? Ja, hm. Okay. Die Axt, Leute. Wie kriegen wir die? Was ist gut gegen Äxte? Ja. Sie gehen uns aus der Ferne, wären sie schon gut. Ich halte die Dinger, die haben so eine niedrige Schussrate. Macht zwei Katapulte rein und macht noch so einen Barrel nach vorne. Weil der wird vorne sehr viel aufrollen. Ja. Wahrscheinlich. Gewestens zwei Katapulte rein, weiter oben, einer weiter unten. In der Polkern. Warum auch nicht? Oder so. Was haben wir denn zu viert? Oh, Digga. Ich hab noch ne Idee. Musketiere! Hörbe. Hey ey... Faktor noch auf die Falschen. Oh, 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 oh. Ascheides... с SP. Kazarov muita g rOR får o die Masse davon. Oh Lolle, okay. Gerippt. Aha, die Axtleure sind ficken uns halt komplett aus. Die sind voll stark, also vor allem weil die halt noch von den anderen dann getankt werden. Die noch mal? Sie müssten ja echt relativ gut da reinlaufen. Ja, jetzt tunnen die da viel besser drauf. Was macht der eine eigentlich? Okay, das war nicht gut. Oh, so einzeln. Okay, wir müssen sie noch weiter an den anderen setzen. Nein. Achso. Nein. Okay. Sie fahren trotzdem nach vorne. Der war... Guck mal, woher hinfährt, alter. Er fährt in zwei Leute. Die Mosfitiere sind glaube ich... Die sind echt nutzlos, alter. Okay, warte, wir müssen es irgendwie anders machen. Die stehen eigentlich ganz okay, aber... Wir müssen das ganze Tunnel, ja? Wir müssen irgendwie wieder einen Tunnel erschaffen. Wo wir durchballern können. So. Dann... ... Die kommen irgendwie hier nicht richtig zusammengerückt, ja? Das heißt, wir machen als allererstes... ...ein Persentier hin und ein Tier hin, damit wir sich zusammenziehen. Ja? Das klingt schon... Das klingt schon mal. Der in der Plan. Dann hab aber noch ein dritter Set. Und vielleicht noch ein paar von den Gladiatoren. Oder so. Wow. Wow. Der eine wird alles reißen. Ein Persentier. Oh Gott. Haben sie ihn gerade noch warten? Feuer! Wow! Uh, das sind die Potenzial? Ne, äh, die rennen viel zu schnell. Aber, aber, aber... Oh, oh! Also, an sich ist es nicht schlecht. Oh, wele! Ah! Alle, wie stark sind denn die Axtwixe? Oh, oh, oh! Ah, Alter! Das gibt's doch gar nicht! Ne, alle! Wir kriegen die nicht tot! Wieso sind sie so stark? Wieso, oh! Kanonen-Mannschaft Mach die Pessels weg, dann kannst du auf den Bauch Angriff Wieso verteilen die sich so? Woh, woh Die sind trotzdem zu schnell Die rennen halt übel los Wir machen so ein Zig-Type-Muster, damit die sich verteilen müssen Verstehst du? Die Gegner Das ist hier übel schwer Oder wir haben nicht rausgefunden, was wir gut gegen die verwenden können Ich werde trotzdem einen Barrel hier hin setzen Mach doch einen Katapult oben, einen Katapult unten Ja Oder halt zwei Der Preis geht nicht Oh jeez Ich treffe sie diesmal mehr Der war ganz gut Der zweite war halt beschein, aber der erste war gut Ich glaub sie verbrennen oder? Ich bin nicht sicher Oh Oh Jetzt sind nur noch die übrig Wieder nur die übrig Wo schießt der denn hin? Warum sind die Wicken so stark? Die Axtmänner Ja Ja gut dann weiß ich, was wir jetzt haben Wir sind eigentlich dumm 100 haben wir noch Warten wir mal damit Das sind sehr realistische Räute Das sind sechs Axtmänner gegen die Wir sind gegen sechs Axtmänner Bei uns ist das jetzt schon voll schnell tot What? Alter Das gibt es doch gar nicht I don't understand Wir machen noch einen Versuch jetzt, ok? Ja Äh, diesmal machen wir Was ist gut gegen Axtmänner? Was kann denn der? Gesundheit Der hat sauviel Gesundheit Wenig Anflussgeschwindigkeit 1 Eventuell Eventuell Hm Was haben wir denn noch so? Der hat 3000 Leben Warte mal, nur die rein Nur wenn ich von denen Nichts anderes Mach einmal Mal schauen Was rauskommt Können die ziemlich gut sein Können die ziemlich gut sein Können die ziemlich gut sein Oha Oho 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 Jums Woah ich hab's dir gesagt Ben Was? Deine Fresse Als ob die die so weg machen Ahja Ich würde sagen Ich gehe Ich würde sagen Wir gehen noch ins Menü Gehen wir mal zurück Moment Ah die haben halt Stiel Oh der Scheiße Ok Gehen wir mal zurück Wir machen uns noch eine Sache Geh auf Sandbox Achja je Ok Ok Jetzt können wir Sicherlich Alles machen Ich denke mal alles machen Oder? Aber dir ist schon klar Dass es hart abkacken wird Ja also wir übertreiben es waren nicht Ok Ähm Die mehr warten wir doch nicht Da können wir auch richtig schön tuneln Können wir auch richtig schön tuneln Können wir auch mehr und vorstehen? Ne ok Drüber auf Misk Und zwar können wir jetzt auch die Stärken Das Problem Warum ist er denn Warum ist er denn Jo Das hängt die Lecke auf Das ist sehr gut F**king retowering piece of shit Ähm Gerade eben war ich bei 80 Ja was startet Da ist er in der Mitte irgendwo Was geht denn noch? Oh mein Gott 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 Wir haben ja festgestellt Dass 300 Passants auch absolut scheiße war Hahaha Ok Es war etwas übertrieben Glaube ich Ähm Wollen wir mal zurück setzen Ähm Dafür Der linke bleibt mal Dafür ballern wir eben einen Super Peasant hingegen Ne wir gehen 2 gegen 1 Weil das sind 1000 10.000 und 20.000 Oh Gott What's even happening Wo ist der 2 hin? Ah Ah wie lange geht der Fight? Hahaha Richtiger Dragon Ball Sehr schwieriger Fight Ähm Wollen die von der Map fahren? Sind die denn tot? Was machen die? Hä was geht? Oh Hahaha Was? Wer hat jetzt gewonnen? Ja Hat es gefallen, ob es einer tot ist Ähm Red Aua Ok halt der linke bleibt Er hat gewonnen Ok Ja Mach mal jetzt die beiden weg Misk Und ähm Mach mal so einen Chicken Man Man rein Wie viele? Ein Ohohohohoh Warum ist der so raus? Ok Oh Gott Wenn der auch anfängt Er ballert Chicken Mans raus Alter das ist ein Multiplay ohne Änder Was machen die eigentlich? Ein Chickens kann ihm nichts anhaben bei der Fliegen Doch doch schau da kann sie genau fliegen Ohhhh Sie fliegen wegen ihm Ohhhh Alter Alter Oh man Alter wie viele Chicken Men Oh Oh Ah, der hauht sich da durch, der boxt sich komplett da durch, gell. Was? What is even happening? Ich seh nur so weiße Bälle überall. Du bist schon ein chick wie eine Dugel. Ja schon, klar. What? Was ist hier los? What the fuck? Was? Hä? Ich versuch da rauszuscrollen, aber ich kann es halt klicken. Okay Leute, ich glaube... Aber er macht sie alle. Warum ist kein Schatten? Hä? Es sind so viele Hühner da. Was ist denn das? Das hat irgendwas verpackt und in den Hintergrund geworfen. Da hinten ist er. Wie er eskaliert, ne? Ich glaube, wir haben festgestellt, Dark Peasant kann nicht besiegt werden. Also macht sie stark. So, bei Dark Peasant gegen Dark Peasant. Okay, das können wir noch machen. Was ich denn überhaupt nicht. Oh Gott. Oh Gott. Ein Dark Peasant gegen ein Dark Peasant. Äh... Vielleicht noch andere super starke Sachen? Na, das ist nur bei Mist. Bei Neon weiß ich nicht noch was das. No. Oh Gott. Oh Gott. Aber jetzt fliegen noch mehr Sachen rum. Oh. Drake war's it. They're gone. Ähm... Ah... Ja... Ich sag, der Rot gewinnt gleich wieder. Ähm... Ja. Jetzt heißt es warten. Ich sag's dir, Rot ist immer besser. Also Rot kann ich nicht schlagen, weil er ist einfach zu stark. Gerade. Ja, der hat jetzt auch schon Experience Points, ne? Über die letzten Fights. Das zählt glaube ich nicht. Der hat aber Skills gelevelt. Äh... Ja, okay. Er teiltrenkt ohne... Neue Items. Im Ende. Okay, Leute. Das wär's dann gewesen mit diesem tollen Spielchen hier. Warten wir. Ich will mich überflischen. Was? Wenn der nur ein Damage macht. Müsste er hier theoretisch jetzt Blue gewinnen. Oh, der kommt gar nicht hin. Oh! Er ist rausgeflogen. Oh, der andere ist raus. Genau Map runter. Ne, er lebt noch. Ne, er lebt noch. Der Peasant hat gerade noch gelebt. Also der letzte Auslust. Aber ja. Alter. Jetzt geht's in die andere Richtung. Wie kommen die? Oh mein Gott. Wer ist das der erste? Schon wieder. Wie sagt der? Rot gewinnt wieder. Rot ist zu gut. Rot ist einfach ein Monster. Rot kann nicht ver... Der Peasant! Aber wenn der als letztes runter fliegt hat... Blau gewonnen. Da sieht man mal. Ein Bauer kann einfach ganz unterschieden machen. Ja! Ja! Nice! Okay Leute, ich hoffe ihr habt jetzt viel über Physik gelernt. In der nächsten Physikarbeit macht genau das nach, was hier gemacht wurde. Und dann habt ihr schon gewonnen. Okay, okay! Bis zum nächsten Mal. Bei so tollen Spielchen. confirmieren wir uns jetzt. Mit dir in der Aninos. Wir machen auch diesmal. Der 51 nr.